Moin zur Jagd nach dem Edelstein Tag 1 und mal gucken wo er sich versteckt es geht um den Kalender Verlohnungskalender hier schon ein paar Quests erledigt damit ich ein bisschen Werkzeug habe so geht natürlich anders es ist ja wohl peinlich da ist er auch schon das war jetzt mal ein kurzes Vergnügen sooo und da ist er tja und nun das ist jetzt natürlich doof gehe ich da hin oder mache ich den komme ich nicht ran das bringt mir nix so mh 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 ich werde ihn jetzt freilegen weil er ist ja nur ein Tausch ich tausche ein Pinsel gegen Dynamit und mit dynamit komme ich ja theoretisch auch ein feld war also eine reiter nach rechts deswegen nehme ich jetzt die noch mal mit ein jetzt die farge da zu wenig mit pinsel es ist wieder so freizulegen nur zwei eine info so drei zu wissen wo ich dann vielleicht noch rein muss genau da lang ja da ein das so und da ist der nächste edelstein für morgen das heißt ich werde jetzt hier stoppen dann aber ich kann auch beziehungsweise ich könnte jetzt noch weitermachen zwei verbrauchen oder ein krieg ich den das war natürlich jetzt jetzt höre ich aber auf das ist mir zu riskant damit ich die nicht einsammeln so dann bis morgen in 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 in